So, ein fruchtiges Willkommen meine lieben Freunde hier zum zweiten Part vom Nitrado Minecraft Winter Event 2017. Ja, endlich finden wieder Events statt. Ich freue mich mega drüber. Auch wenn man viele Sachen von der Karte bereits kennt, ist es doch wieder schön hier zu sein. Und wir werden jetzt in dieser Folge natürlich weiter durch die Welt laufen, gucken, dass wir irgendwo Kekse finden und vielleicht auch mal diese Geschenke. Ich weiß nämlich immer noch nicht genau, was man damit so machen kann. Das werden wir herausfinden. Hoffentlich finden wir auch ein paar Erfolge. Und ich bin jetzt mal den Kran hochgeklettert zwischen den Folgen und habe gemerkt, dass da oben gar nichts versteckt ist. Das war ein bisschen deprimierend. Aber jetzt geht es wieder weiter. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie viele Kekse ihr bereits gefunden habt. Ich bin ja noch nicht so mega gut dabei. Das ändert sich jetzt hoffentlich. Ich habe gesehen in der Rangliste, manche sind schon mit ein paar hundert Keksen dabei. Obwohl die Server gerade mal ein paar Stunden online sind. Oh, das sind Kekse gewesen. Ach da, cool. Haben wir den nächsten gefunden. Was ist das hier? Köpfe. Ich glaube, da sollte eigentlich was anderes sein. Ich glaube, das ist vom Kopieren nicht weggemacht worden. Und deswegen stehen da jetzt normale Köpfe rum. Es gibt ja diese Deko-Heads. Habe ich auch mal ein Tutorial dazu gemacht. Und ja, da kann man ja alles Mögliche mit dekorieren. Gibt es ja irgendwelche Obstsachen. Es gibt Konserven. Es gibt irgendwelche besonderen Blöcke. Es gibt alle möglichen Minecraft-Blöcke als Mini-Köpfe und so weiter. Und die kann man ja richtig cool verwenden zum Bauen und zum Dekorieren. Und wenn man dann irgendwie was mit WorldEdit oder so kopiert und woanders rein speichert oder so, dann werden diese Köpfe leider nicht mitgespeichert. Das ist immer ein bisschen doof. Deswegen stehen hier überall Menschenköpfe rum. Nein, die Entwickler vom Event sind keine Kannibalen. Hoffe ich zumindest. Was ist das für ein cooles Teil? Das sieht ja cool aus. Das gefällt mir. Ja, immer wieder coole Sachen, die man hier entdeckt. Ich mag die Welten sehr, sehr gerne. Ich finde die immer richtig cool. Und sag mir nicht, dass das der Kran ist, wo wir gerade herkommen. Bitte nicht. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ich befürchte es gerade. Ist das der gleiche Kran? Ist das der gleiche Kran? Wir sind doch ganz woanders, oder? Das ist ein anderer Kran. Das ist ein anderer Kran. Ach cool. Es war mal bei irgendeinem Event hier oben. Da konnte man irgendwie reinklettern. Da können wir rein. Da war nämlich auch was drin versteckt. Das weiß ich doch ganz genau. Da wird doch jetzt diesmal wieder was drin sein. Ähm. Da. Den Kicks haben wir. Die riesen Baugeräte hier. Ups. Man bekommt auf jeden Fall Schaden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht verrecken. Das wäre nicht so toll. Ist hier was drunter versteckt? Schade. Ja. Wir gucken einfach mal hier so ein bisschen rum. Äh. Ich kletter jetzt auf den Kran nochmal rauf. Wenn auf dem anderen nichts war, dann wird hier vielleicht was sein. Ich gucke erstmal hier unten. Immer erst unten gucken. Das müsst ihr euch angewöhnen. Ich habe leider zu oft den Fehler gemacht. Erst irgendwo komplett hoch zu klettern. Und dann zu gucken, ob unten irgendwas ist. Und meist war dann unten ganz einfach irgendwas versteckt. Und ich bin wirklich ein ganzes Haus hochgeklettert. Habe dieses Haus von innen komplett auseinander genommen. Und im Endeffekt lag der Keks genau vor der Haustür. Mit der Sprache habe ich es immer noch nicht so. Aber es ist mittlerweile glaube ich auch schon halb vier Uhr nachts oder so. Also, ja. Eigentlich wollte ich schon lange schlafen gehen. Aber das mache ich dann nach der Folge. So. Wir gucken mal, ob hier oben sich einen Keks versteckt haben tun. Äh. Ja. Hier ist einer. Kekse und Milch. Und wir haben einen Cent bekommen. Oh. Unglaublich. Und wir haben ein Reittier bekommen. Ach wie nice. Wie cool ist das denn? Den Lahmgaul. Den kennen wir schon. Von den letzten Events. Aber immerhin können wir uns damit jetzt ein bisschen schneller fortbewegen. Das werde ich denke ich auch machen. Ähm. Ja. Weil 1500 Kekse ist schon ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir für die Geschenke auch Missionen haben. Ich glaube ja, ne. Ich glaube wir müssen für bestimmte Missionen so und so viel Geschenke durch die Gegend schleppen. Das werden wir dann auch noch machen. Ich würde jetzt gerne mal. Oh cool. Gleich wieder ein Erfolg. Gerne mal so ein Geschenk sehen. Ich habe nämlich keine Ahnung wie die jetzt aussehen. Kommen wir hier gar nicht durch. Ich komme von der Richtung. Wir laufen jetzt mal hier lang. Ich will nicht immer im Kreis laufen. Das ist nicht so praktisch. Es kann hier überall ein Keks versteckt sein. Nichts, nichts, nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Das ist ja hier gerade nur die Stadt im Endeffekt. Es gibt ja noch die ganzen anderen Bereiche. Es gibt ja glaube ich wieder den Wikinger Bereich. Es gibt unten den Antikbereich. Habe ich schon auf der Dyn Map gesehen. Ähm. Es gibt ja noch viele, viele weitere Bereiche. Das heißt, wir werden einiges suchen. Wir werden jetzt erstmal die ersten Folgen hier so ein bisschen in der Stadt verbringen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal so nach und nach auf den Weg in die Außengebiete. Und gucken mal, was wir da so finden. Zu den Parcouren und zu den Minispielen kommt man übrigens diesmal wieder vom Spawn aus. Das haben sie ja letztes Jahr auch so gemacht. Das ist eine ganz coole Idee, finde ich. Da muss man dann wenigstens sich die halbe Welt bereisen, um dann irgendwie zu den Minispielen zu kommen. Es gibt ja auch Leute, die machen am liebsten nur die Minispiele. Die suchen gar keine Kekse, wie ich zum Beispiel. Und ja. So. Bob, Bob, Bob. Hallo, hallo, hallo. Oh, ist das der Fernsehtor? Ich glaube, ne? Können wir auch mal reingucken. Kann man dann diesmal wieder rein? In manchen Events kann man dann nämlich rein. Ja, hier genau. TV Nitrado. Ah, ich glaube, diesmal bin ich mir nicht so ganz sicher. Kann man da rein? Kommt man da hoch? Beam me up, Scotty. Ich will hoch. Ich glaube, diesmal kommt man da nicht hoch. Schade. Es gab auf jeden Fall mal ein Event, wo man da hoch konnte. Das fand ich cooler. Und wir gehen mal ins TV Nitrado. Da gibt es nämlich auch immer schöne Erfolge. Mal gucken, ob da diesmal einer drin ist. Ich weiß nur nicht. Mama, ich bin im Fernsehen. Mama, ich bin auf YouTube. Ich bin ein YouTube-Star. Nein. Aber immerhin bin ich im Fernsehen gerade. Ich glaube, dann war es das auch mit den Erfolgen hier drin. Ich bin natürlich am gucken, ob sich hier noch irgendwo Kekse verstecken. Es gab so einen Raum. Genau, den hier suche ich gerade. Da konnte man hier auch mal was bewegen. Aber das ist, glaube ich, diesmal auch nicht dabei. Aber hier ist so ein Haus. Genau. Ha! Habe ich mir doch gedacht. Ha, ha, ha. Ich kenne mittlerweile ja schon so die Verstecke, was die Entwickler sich so immer ausdenken. Ich sage immer Entwickler, aber ja. Im Endeffekt die Ersteller dieser Karte und die Macher vom Event. Ja, ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch irgendwo eins ist. Äh, nö. Gut. Ich weiß noch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang gelaufen bin. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das könnte leider auch in diesem Event wieder mal passieren, dass ich mich irgendwo verlaufe. Die Karte ist nämlich auch echt groß im Verhältnis zu normalen Karten, die man so kennt. So kleine Lobbys oder so. Die sind halt deutlich, deutlich kleiner. Äh, dup, 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 dup. Hier ist mal wieder nix. Äh, nö. Gut, dann gehen wir wieder raus. Gucken draußen ein bisschen weiter. Wir haben zwölf Kekse gefunden. Das heißt, fünf haben wir bereits in dieser Folge gefunden. Jetzt ist die Frage, ich glaube, da vorne kommen wir raus. Dann nehmen wir mal das Reit hier wieder. Es kann natürlich sein, dass hier oben noch irgendwo ein Keks ist oder so. Den werden wir uns dann später holen. Äh, das lassen wir jetzt erstmal. So. Ähm. An der Bushaltestelle ist nichts. Ich weiß nicht, ist das so eine Bahn, mit der man fahren kann? Oder ist das eine, wo vielleicht was drin sein könnte? Ah, ich weiß es nicht genau. Äh, hier haben wir ein Parkhaus. Auch ganz cool gemacht. Äh, ja. Ich hab das Gefühl, das lackt gerade so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Das war in der ersten Folge, glaube ich, nicht so. Oh. Da war ein Holzbrettteil. So. Äh, das hab ich gar nicht gesehen, dass das zu war. Ich wollte da gerade voll durchreiten. Ähm. Ich möchte... Oh. Brot 4 Ni. Wir brauchen Brot. Das heißt, wir müssen 4 Nitrado-Dollar finden oder sowas. Oder 4 Ni. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber dann können wir uns da was kaufen. Das ist ja cool. Und... Oh. Ein Buch. 9,9 Ni. Das kriegen wir, glaube ich, nicht zusammen. Da ist eine Wand. Ja. Irgendwie... Sehe ich gerade nicht so gut. Habe ich das Gefühl. Da ist auch nichts. Schade. Ich finde die Läden hier ganz cool. Irgendwo muss auch mal was drin sein. Ein Burgerladen. Boah, jetzt noch ein Burger. Das wäre cool. Hallo. Danke. Tür auf. Schade. Hier ist gar nichts drin. Ähm. Irgendwo müssen doch Keks sein. Bistro. Ah, schade. Ich dachte, hier gibt es wieder einen Erfolg. Wir gucken mal in der Küche hier. Ah. Da. Ein Keks. So. Was macht die Setzlinge hier? Sieht ganz cool aus. Aber... Hier ist das Hotel. Das kennen wir auch schon. Das ist so riesig. Da ist der nächste Keks. Nehm den Keks mit. Keks. Los. Keks. Danke. Es sind immer noch irgendwie knappe 100 Geschenke auf der Karte und ich habe noch nicht ein einziges gefunden. Das ist ganz, ganz seltsam. Was ist das? Das Sekretariat. Okay. Nichts hier. Ich war der Meinung, das war mal hier das Hotel. Das Bauteam von Nitrado sucht Verstärkung für weitere Events, denke ich mal. Also wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, also könnt ihr euch das das ganze Jahr mal anschauen. Und es gibt natürlich einen Discord-Server. Diesmal gibt es keinen Teamspeak-Server, sondern einen Discord-Server. Aber ja, könnt ihr auch draufgehen, mit anderen Leuten quatschen und so. Und dann Spaß haben. Ja, ich mache übrigens die ersten Folgen jetzt wieder alleine. Vielleicht wird aber später der Super-Tuper-Hans in der einen oder anderen Folge mal wieder mit dabei sein. Ich quatsche ab und zu mal wieder öfter mit ihm. Wir arbeiten auch selber beide aktuell an eigenen Projekten. Da wollte ich eigentlich demnächst noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich hatte nämlich ursprünglich, ähm, weil es ja nicht so aussah, als wenn es überhaupt noch Nitrado-Events gibt. Ähm, mit der Überlegung gespielt, selber mal so ein kleines Event zu veranstalten. You are ready to rumble. Ich finde diese Arena an sich ganz cool hier. Aber hier sind immer die fiesesten Kekse mit versteckt. Also da Kekse oder Ostereier zu suchen, das ist immer der Horror. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Das machen wir später. Ja, ähm, zurück zu meiner Idee. Also ich war selber mal so am Überlegen, vielleicht so ein kleines Event zu veranstalten. Ähm, jetzt findet ja trotzdem wieder das Nitrado-Event statt. Aber ich denke mir, ich werde trotzdem vielleicht mal so ein bisschen das Ganze weiter planen. Also ich habe schon ein bisschen was gebaut an einer kleinen Welt. Ich denke mal so 20, 30 Prozent der Welt ist auch schon fertig. Ähm, ich habe auch schon die ersten Plugins dafür so ein bisschen geschrieben. Das will ich auch zum Großteil alles selber machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, selber mal so ein kleines Event irgendwann zu veranstalten. Ähm, vielleicht irgendwie Anfang nächsten Jahres oder so. Mal gucken. Je nachdem, ob ich vielleicht noch ein bisschen Hilfe bekomme oder nicht. Dauert das halt noch ein bisschen. Aber allgemein mal so, ob ihr den Bock drauf hättet, die Ziege drauf hättet, sowas zu machen. Ah, wir gehen mal hier hin. Das ist, äh, Uni-Gelände, wollte ich gerade sagen. Ja, heute bin ich Student. Aber nur heute. Morgen nicht mehr. So, wir gucken mal hier das Auto rein. Äh, da ist nichts drin. Gut. Ach, das ist diese tolle Tourenhalle. Die kennen wir auch schon. Ich bin irgendwie der Meinung, es sind halt wirklich viele, viele bekannte Orte. Ähm, aber ich bin der Meinung, es ist doch ein bisschen anders angeordnet teilweise. Zumindest kommt es mir ein bisschen anders vor. Es liegt vielleicht auch daran, dass diese Karte, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren, glaube ich, verwendet wurde oder so. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, da müsste dann der Flughafen sein, ja, ne. Genau, wir gucken jetzt mal hier rein. Was ist das hier für ein Raum? Was ist das für ein Raum? Das ist düster. Ziemlich düster. Hier ist überhaupt nichts drin. Was sind das für Räume? Aber normalerweise war hier hinter der Bühne war mal einer versteckt. Das weiß ich noch. Da war ein Osterei versteckt. Und da ist nichts. Dann wird der wahrscheinlich da hinten sein. Irgendwo auf dem Stuhl da oben. Äh, hier ist gar nichts. Also, sie haben sie dieses Jahr anders versteckt als normalerweise. Das ist fies. Ähm. Äh, ja. Gut. Dann ist hier drinnen tatsächlich gar nichts. Da ist er doch. Ah, da sind wir voll dran vorbeigelaufen. Es kann durchaus sein, dass man in manchen Folgen so am Rand der, äh, des Bildschirms quasi mal so Kekse sieht, die ich quasi übersehe. Das ist aber ganz normal, denn ich merke selber, wenn ich die Videos dann quasi schneide oder bearbeite, äh, merke ich selber dann manchmal so, okay, da bist du voll dran vorbeigelaufen. Aber während man aufnimmt, sieht man halt wirklich nicht so viel. Man guckt halt genau vor den Charakter, guckt so, wo man hinreitet und guckt halt nicht so links und rechts am Bildschirmrand. Äh, ich weiß, dass mal da oben irgendwo einer drauf war. Aber das scheint diesmal nicht der Fall zu sein. Äh, gut. Aber wir gucken mal hier drüben an den See, ne? Ja. Ja, ist hier einer. Den habe ich damals ewig gesucht. Da war hier oben irgendwo einer drauf. Das weiß ich noch. Ich glaube, das war ein Osterei. Das habe ich so ewig gesucht, weil ich da nicht rauf geguckt hatte. Das hier gar nichts ist, wundert mich gerade auch wieder. Manchmal sieht man sie halt echt nicht so einfach. Äh, ja. Gut. Ach, das sind zu viele. Ich war der Meinung, das waren gerade mal zwei Tennisplätze normalerweise. Aber da haben wir den Keks gefunden. Und hier ist noch einer. Okay. Gut. Wir reiten jetzt erstmal hier lang. Dip, dip, dip. Lame Gaul. Kommen wir hier irgendwo hoch? Ja, mit Lamy. So. Und hier. Ab, 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 ab. Was ist das hier? Ach, das sind diese Uni-Blockgebäude. Und da drüben dürfte schon wieder ein riesen Weihnachtsbaum sein. Ich hoffe, dass man dieses Mal nicht auf so einen Weihnachtsbaum raufklettern muss. Das gab es nämlich letztes Jahr zu Weihnachten. Da musste man auf so einen riesen Baum bis ganz nach oben klettern. Das war ziemlich spaßig. Nicht. Ich habe da, glaube ich, eine halbe Ewigkeit für gebraucht. Vor allem, weil ich das Ganze danach noch für ein Video gemacht habe. Oh, ein Weihnachtsschlitten. Ach, wie cool. Und ich habe die Befürchtung, man kann hier hochklettern. Lass. Ich habe keine Ahnung, ob das einen Namen darstellen sollte. Ne, man kommt ja, glaube ich, doch nicht hoch, oder? Keine Ahnung. Wir gucken mal, ob man hier rein kann. Hier ist nichts drunter versteckt oder so. Das wundert mich jetzt gerade. Ich werde da jetzt auf jeden Fall nicht hochklettern. So. Okay. Was ist das da drüben? Ach, das Museum. Das kennen wir auch schon. Das ist auch ganz cool. So. Ja. Ich misshandle gerade wieder meine Tierchen hier während des Events. Das ist ganz normal. Die überleben das. Dem geht es gut. Die freuen sich, mal wieder ein bisschen Auslauf zu bekommen. Ähm. Ich weiß das mal. Hier. Oh. Wieder einen Erfolg bekommen. Ja, ich werde jetzt die Erfolge nicht bewusst abklappern. Die ersten werden wir einfach so per Zufall finden. Später werde ich dann gucken, dass ich dann wirklich ein paar Folgen mache, wo ich dann die, 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 äh, Erfolge abarbeite und unterwegs halt die Kekse mitnehme. Und wenn ihr irgendwie bestimmte Erfolge wissen wollt oder so, dann einfach, ähm, ja, in die Kommentare schreiben am besten. Ich werde ingame wahrscheinlich den Chat ausschalten, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. ein einsamer Bürger. Oh, der Arme. Aber, ja, ab und zu werde ich auf jeden Fall auch online sein und mit dem einen oder anderen was zusammen machen, ein bisschen schreiben oder so. Ähm, ist hier kein Keks drinne. Bin ich jetzt, äh, blind? Blind, blind, blind? Ich glaube, Stehlosaufs, kann man da raufklicken? Ich hab'n Knochen bekommen. Ob das so gewollt ist? Tyrosaurus andenken. Tyrannosaurus Rex andenken. Ob das so gewollt ist? Vielleicht braucht man das für irgendwas. Aber dass man gleich mehrere bekommen kann. Hier. Willst du Knochen haben? Dö. Ah, jo. Mal gucken. Ich hab'n keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich würd' aber sagen, das finden wir dann in der nächsten Folge heraus. Und dann gucken wir mal, wir laufen jetzt ja quasi kreuz und quer, dass ich vielleicht auch mal die DIN-Web aufmache und mal gucke. Wir haben immerhin zehn Kekse in dieser Folge gefunden und jede Menge, ähm, Erfolge. Aber, irgendwie immer noch kein Geschenk. Ich hab' keine Ahnung, ich hab' noch kein Geschenk gesehen. Wenn ihr mal ein Geschenk in der Folge irgendwo gesehen habt, was ich übersehen habe, dann schreibt's in die Kommentare. Aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und immer schön früchtig Kekse suchen. Ciao.